Diese Spezialfolge ist ein Selbstbewusstseinsspezial und in diesem Selbstbewusstseinsspezial geht es um das Thema Loslassen. Wie lasse ich eigentlich wirklich etwas los? Wie lasse ich unangenehme Gefühle los? Wie lasse ich vielleicht sogar meine Ängste und Traumata los? Wie kann ich diesen Frieden im Kopf überhaupt erreichen? Das schauen wir uns an in dieser Folge und los geht's. Zu Beginn stellt ihr mal vor, da ist ein Affe. So ein Affe, der ist im Käfig. So ein kleiner Affe. Der ist im Käfig und der möchte an so ein Bündel Bananen kommen. Und dieses Bündel Bananen liegt so gerade so außerhalb seiner Reichweite. So er kann seinen Arm durch die Käfigstäbe strecken, aber die Bananen, die erreicht er nicht komplett. So es fehlt so das Haaresbreite. Aber er versucht es immer weiter. Er versucht und er versucht es immer weiter und quetscht sich auch immer mehr so durch die Gitterstäbe und kugelt sich schon fast seinen Arm damit aus. Und verletzt sich schon sehr. Und das macht er aber auch nicht erst seit jetzt fünf Minuten oder so, sondern das macht er schon seit Jahren. Seitdem er ein kleiner Affe war, ein Affenkind war, macht er das schon. Weil er hat auch gesehen, dass seine Eltern das genauso gemacht haben. Dass er gesehen, dass seine Eltern das gemacht haben, versuchen Bananen zu erreichen. Und hat er gedacht, das mache ich auch. So geht das. So kriegen wir das hin. So ist der Weg des Lebens. Und das macht er dann immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und sein Körper ist schon sichtlich geschunden davon. Also er hat einfach Schmerzen in seinem Körper. Er sieht auch nicht so glücklich aus, so fit aus mehr. Aber er hat den Glauben einfach daran, ich muss mich einfach noch mehr anstrengen. Wenn ich heute an die Gitterstäbe gehe, heute Morgen, so nachdem er seinen Schlaf in seinem Affenkäfig hatte, diesmal schaffe ich es. Wenn ich mich nur hart genug anstrenge, dann kriege ich es hin. Und so geht er wieder zu den Gitterstäben und quetscht sich durch, versucht die Bananen zu erreichen. Und das ganze Spiel ist genauso wie die letzten Jahre davor. Was glaubst du wäre tatsächlich schlimmer, wenn der Affe niemals die Bananen erreicht? Oder wenn er eine Banane erreicht? Du kannst deine Antwort tatsächlich gerade mal so, falls du Kommentare bei dir in der Podcast-Plattform hast, dann kannst du deine Antwort, so zum Beispiel jetzt auf YouTube, kannst du deine Antwort gerade mal in die Kommentare schreiben. Was glaubst du? Ist es besser für den Affen, wenn er niemals die Bananen erreicht? Oder wenn er eine erreicht? Das löse ich jetzt nämlich auf. Es ist tatsächlich besser, wenn der Affe, also das Schlimmste ist, sagen wir es so, das Schlimmste ist, wenn der Affe eine Banane erreicht. Weil dann denkt er, okay, so wie ich das hier mache, mich so auszulaugen, mich aufzuopfern, meine Gesundheit gegen den Erfolg, sprich Bananen zu tauschen, das funktioniert, damit kriege ich ja wenigstens Bananen, auch wenn es halt nicht alle sind, ich kriege wenigstens eine Banane. Und so wird er das den nächsten Tag wieder machen. Und das ist genau das, was auch ein guter Drogendealer machen würde. Er gibt dir halt so einmal guten Stoff und dann gibt er halt dir beim nächsten Mal nicht so guten Stoff, damit du denkst, oder damit du auch das Gefühl hast, okay, diesmal war der Kick nicht so stark, hoffentlich wird es beim nächsten Mal besser. Und so gehst du halt dann wieder hin und wieder hin und wieder hin, weil es halt unberechenbar ist. Die Unberechenbarkeit und die, also die Unberechenbarkeit der Belohnung sorgt halt dafür, dass du abhängig wirst. Und genauso funktionieren halt dann auch diese Slot-Machines in so Casinos oder diese, ja, diese Spielautomaten so in Kneipen und so weiter. Das ist halt alles programmierter Zufall. Und das ist halt so programmiert, dass du, gerade wenn du aufhören möchtest, dann deine Belohnung bekommst. Und das sind Algorithmen und das sind kluge Dinger, diese Teile mittlerweile. So, und jetzt ist halt das so, dass, warum erzähle ich dir diese Metapher? Du bist dieser Affe. Du bist der Affe. Und die Anstrengungen des Affens sind deine Anstrengungen. Und die Bananen ist der Erfolg, den du haben möchtest. Ist, genau, der große Reichtum, den du haben möchtest. Oder dein Erfolg mit Frauen, den du haben möchtest. Und du lernst halt dich in irgendeiner Form dein Leben lang aufzuopfern. Du lernst dich aufzuopfern, indem du halt mehr tust. Einfach mehr machen, mehr Aufwand. Weil mehr Aufwand sorgt dann dafür, dass ich mehr Ertrag bekomme. Und das gerade ist im sozialen, ja, im sozialen Kontext nicht richtig. Das funktioniert einfach nicht. Weil Menschen keine Excel-Tabellen sind. Menschen sind keine Matheformeln. Das Mehrertrag führt nicht zu mehr Aufwand. Mehr Aufwand führt nicht zu mehr Ertrag. Mehr Aufwand kann manchmal sogar dafür sorgen, dass du halt noch weniger Aufwand, noch weniger Ertrag bekommst. Mehr Aufwand kann zu weniger Ertrag führen. Und das ist dann frustrierend. Das macht dann für unser Linkshirn, für unser rationales Gehirn, für unsere rationale Gehirnhälfte nicht so viel Sinn. Weil wir haben ja gelernt in unserem Leben so ganz früh, dass je mehr Aufwand, je mehr ich lerne für den Mathetest, desto besser wird meine Note. Je mehr ich mich melde im Unterricht, desto besser wird meine Note. Egal, ob meine Mitarbeit oder das, was ich sage im Unterricht, gut oder schlecht ist. Ob das richtig oder falsch ist. Aber Hauptsache ich mache mehr. Und das wird belohnt. Und gleichzeitig, das Blöde ist halt auch, du hast halt dann auch dieses Liebe-gegen-Leistung-Prinzip dann direkt auch zu Hause verinnerlicht bekommen. Wenn du mit einer guten Note nach Hause gekommen bist, dann sind deine Eltern sehr wahrscheinlich glücklich gewesen und haben dir viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und gesagt, was du für ein toller Kerl bist und ein toller Junge bist und dass sie stolz auf dich sind. Hast du gut gemacht. Und wenn du mit einer nicht so guten Note nach Hause gekommen bist, dann haben sie dir das halt nicht gesagt. Oder selbst wenn sie das gesagt haben, du hast trotzdem eine gewisse Enttäuschung gespürt. Und selbst wenn deinen Eltern das auch völlig egal war, dann hast du trotzdem vielleicht dieses eine Kind bei dir in der Klasse gehabt. Und die Mathe-Tests wurden wieder ausgeteilt, nachdem der Lehrer sie korrigiert hat. Und du hast dieses eine Kind gesehen, das plötzlich still war und dann angefangen hat zu weinen. Und alle haben gefragt so, oh Gott, was ist denn bei Robin los? Oh, ich glaube Robin hat eine 5. Oh, ich glaube Robin hat eine 6 in Mathe. Oh Gott. Ja, und du hast gesehen, dass Robin nicht gerne nach Hause gehen möchte, weil Robin Angst davor hat, was seine Eltern dazu sagen. Und das alleine hat schon gereicht dafür, dass du siehst, okay, wenn ich eine 6 bekomme, dann muss ich auch Angst davor haben, nach Hause zu kommen. Und das skalieren wir mal hoch auf dein Alter heute. Vielleicht bist du Anfang, Mitte 30, 40. Und siehst, dass ein Misserfolg nur dann zustande kommt, wenn du vorher nicht genug Leistung gebracht hast. Und jetzt weißt du halt aber nicht im sozialen Kontext, also entsprechend halt so, wie du mit Frauen umgehst oder wie du Frauen ansprechen sollst, wie halt die gute Leistung aussieht oder was eigentlich die Leistung ist, die du erbringen musst. Das heißt, du machst einfach mehr von dem, worüber du gerade Kontrolle hast. Und das mehr ist Leid. Du leidest mehr. Du machst dir mehr Stress. Du machst dir mehr Druck. Du machst dir mehr Angst. Du machst dir mehr Schuldgefühle. Du hättest sie ja ansprechen sollen. Du hättest doch dies und das machen sollen. Und das ist Schuld. Ich sollte das machen. Ich hätte das machen sollen. Das ist Schuld. Das ist die Emotion von Schuld. Und die ist ganz, ganz niedrig. Das ist keine gute Emotion, muss ich dir nicht sagen. Und diese, das sind aber auch so Gefühle, die wir gerne loslassen möchten. Und darum soll es heute gehen. Weil, also, das Ding ist, wenn, ähm, wenn der Affe keine, keine Bananen kriegen würde. Und das kann er halt so sich sehr, sehr früh entscheiden. So, er kann halt sehr früh schon sagen, okay, so wie ich das mache, funktioniert das anscheinend nicht. Scheiß auf die Bananen. Ich ziehe meinen Arm aus, aus den, zwischen den Käfigstäben wieder zurück. Ich drehe mich um. Und dann würde der Affe plötzlich sehen, ach guck mal, die Käfigtür ist ja offen. Ich kann ja einfach rumgehen und mir die Bananen schnappen. Und jetzt ist es in dem Zoo wahrscheinlich nicht so, dass die Käfigtür da einfach offen steht. Aber, ähm, da, da hängt meine Metapher ein wenig. Aber so ist das im Leben. So, wir fokussieren uns auf eine Sache und ein Teil von uns denkt, so, unser Ego denkt, das ist der einzige Weg. Das ist der Weg, wie ich das erreichen muss. Weil ich habe das gesehen, dass meine Eltern das auch schon machen. Das ist übrigens auch mal ein Thema, worüber ich in einer zukünftigen Episode mal sprechen werde. Über das Thema Generation und gerade wir als Millennials, ähm, dass wir eine fantastisch, fantastisch ist eigentlich nicht das richtige Wort, ähm, große Aufgabe in dieser Zeit gerade haben, in unserer Lebenszeit haben, ähm, und wir eine Generation sind, die, ähm, extrem stark in die Irre geführt wurde. Ähm, und was unsere große, große Pflicht ist, als gerade, also wenn du, wenn du in der Zeit von 1980 bis 95 geboren wirst, äh, geboren bist, dann wird diese Episode für dich sein. Ähm, die werde ich in den nächsten Wochen einmal, einmal aufnehmen. Das heißt so, wenn du noch nicht, äh, abonniert hast und so weiter, dann, dann abonniere mal gerade. Und, ähm, genau, aber weiter im Text. Die, ähm, die, ähm, die Käfigtür steht offen. Und wenn, wenn wir als Affe einfach mal so unsere, dann sagen würden, so, ich, ich opfer mich doch nicht auf für so ein paar Bananen. So, wenn, wenn das der Preis ist für meine Gesundheit, für, für, für meine, für meine Lebenskraft, dass ich mich hier anstrenge und, und aufopfere und, und auslauge und, und meine Gesundheit irgendwie in Mitleidenschaft gerät und mein, mein, mein Wohlbefinden, mein physisches Wohlbefinden auch in Mitleidenschaft gerät, dass ich halt irgendetwas hinterher renne, das ist mir nicht wert. Dann scheiß auf die Bananen. Und dann würden wir unseren Arm zurückziehen. Und dann würden wir uns umdrehen und sagen so, ach, scheiß drauf, ich bin mir mehr wert. Und dann würden wir sehen, dass die Käfigtür offen steht. Und die Käfigtür, die offene Käfigtür ist ein, ein, ein Symbol dafür, dass es, dass alles, was du möchtest, im Leben viel einfacher zu erreichen ist, wenn du genug Vertrauen hast, den Fokus von deinem Ziel für eine Sekunde wegzulegen. Und genau darum soll es heute gehen. Weil das Ding ist, dass wir, dass wir weiterhin an, an ausgelatschten, ausgetretenen Wegen, wie wir eine Sache erreichen, festhalten, ist Angst. Angst, dass wir nicht genug verdienen könnten. Angst, dass wir alleine bleiben könnten. Angst, dass wir halt in irgendeiner Form die Kontrolle darüber verlieren, was wir gerade tun. Und vielleicht kennst du den Spruch, es ist besser, in die richtige Richtung zu gehen, als in die falsche Richtung zu rennen. Und das sehen wir bei so vielen Männern. Sie rennen in die falsche Richtung. Gerade wenn es um das Thema, gerade wenn es um das Thema Frauen geht, aber auch natürlich in beruflicher Hinsicht. Aber gerade wenn es um das Thema Frauen geht, rennen sie in die falsche Richtung. Sie, sie wollen aus ihrer Einsamkeit raus. Sie vergleichen sich mit ihren Freunden, die halt vielleicht schon, wo vielleicht schon das zweite Kind unterwegs ist. Oder sie haben gerade irgendwie, da steht jetzt eine Scheidung an oder die Scheidung ist gerade durch und sie fühlen sich einfach wahnsinnig beschämt dadurch. Geben sich vielleicht auch selber die Schuld dafür und was auch immer. Und versuchen dann irgendwie schnell die Wogen zu glätten oder was auch immer. Versuchen halt irgendwie in irgendeiner Form, gerade wir Männer, uns dann noch mehr auszulaugen, noch mehr aufzuopfern. Weil wir haben irgendwo gelernt, bescheuerterweise, dass je ausgelaugter wir sind, desto mehr, je mehr wir uns aufopfern, desto mehr werden wir von der göttlichen Weiblichkeit, von einem göttlichen Wesen, was auch immer, belohnt für unsere Aufopferung. Und das ist eine so große Lüge, die wir glauben, die uns Lebenszeit und Lebenskraft raubt, die wir für was anderes besser einsetzen könnten. Wir glauben, dass wir, wenn wir uns aufopfern, dass wir dann belohnt werden, dass wir dann der große Held sind. Aber wer sich aufopfert, ist halt kein Held. Wer sich aufopfert, ist ein Opfer. Ich lasse ihn mal so stehen. Wenn wir loslassen würden, wenn wir unsere Augen loslassen würden von den Bananen und uns umdrehen würden, würden wir sehen, dass die Käfigtür auf uns steht. Dazu brauchen wir Vertrauen. Das Vertrauen haben wir nicht, weil wir kontrollieren wollen. Das Gegenteil von kontrollieren ist im Prinzip Vertrauen. Aber das Gegenteil von kontrollieren ist Kontrolle. Kontrollieren ist das manuelle Eingreifen in eine Maschine. Ich muss die Maschine kontrollieren. Versus ich habe die Kontrolle über eine Maschine. Die Kontrolle zu haben ist, kommt aus einer mächtigeren Position, also Macht ist in diesem Fall positiv. Du hast mehr Machtkontrolle darüber, als dass du minutiös kontrollieren musst. Und das minutiöse Kontrollieren kommt aus dem Ego. Das minutiöse Kontrollieren kommt daraus, ich darf meine Augen nicht von den Bananen lassen. Die Kontrolle zu haben, heißt, mein Ziel sind Bananen und ich weiß, dass ich sie erreichen werde. Dieser Weg, den ich gerade gewählt habe mit Arm durch die Gitterstäbe, funktioniert nicht. Funktioniert nicht nach meinen Terms. Wie sagt man auf Deutsch? Andi würde mir jetzt das deutsche Wort hier ins Ohr flüstern. Nach meinen Bedingungen. Weil meine Bedingungen sind, dass ich das Ganze mit Freude und Liebe und Gesundheit mache. Und dass ich meine Gesundheit behalte dabei und meine Lebensfreude behalte. Und das funktioniert nicht, wenn ich meinen Arm durch die Gitterstäbe zwängen muss, um mal eine mickrige Banane, einen Almosen vom Leben zu bekommen, der mich dann weiter an der Stange hält. Übrigens, wo ich das gerade sage. Wir hatten jetzt auch vor kurzem, also einer der Teilnehmer, wo ich gerade Almosen sage. Und alle Arbeitnehmer dürfen gerade mal aufpassen. Jetzt vor kurzem war einer der Teilnehmer, hat im Mindset Call gesagt, er hat sich ganz viel angestrengt in seinem Job. Weil da war auch jetzt bald eine neue freie Stelle mit mehr Verantwortung und so weiter. Und auch natürlich höherem Gehalt in seiner Firma bald frei. Und der Moment kam immer näher, immer näher. Und er hat sich immer mehr angestrengt und hat halt auch gute Ergebnisse erreicht. Hat auch seinen Posten gut ausgefüllt. Ist die extra Meile gegangen und so weiter. Und dann hatte er das Gespräch mit seinem Chef. Und sein Chef hat ihn natürlich dann, das heißt natürlich, vertröstet damit so. Ja, wir sehen ja, dass du den Job gut machst. Hier ist ein kleiner Bonus für dich. Für diese Stelle sehen wir dich aber gerade nicht. Aber hier ist noch ein anderes Projekt, was du auch leiten kannst. Dieses kleine bisschen an Aufmerksamkeit von, so hier ist ein Projekt, was du leiten kannst. Das ist halt die Wertschätzung da drin. So, okay, du willst halt mehr Verantwortung. Hier ist ein weiteres Projekt. Und hier ist ein bisschen Bonus. Almosen. Almosen. Weil das Ding ist halt, das ist eben auch eine der Lügen, mit denen wir aufgewachsen sind. Je mehr wir uns anstrengen, desto mehr werden wir belohnt. Und desto mehr können wir dann auch unser Ziel erreichen. Aber das ist halt nicht so, weil aus Arbeitgebersicht ist, du hast jemanden da, der seine Stelle mehr als gut ausfüllt und der will jetzt eine andere Stelle haben. Dann fehlt mir ja die Person, die diese Stelle schon gut ausfüllt. Da muss ich diese Person ja neu trainieren. Lieber hole ich mir jemanden von extern oder jemand anderen für die Stelle, die gerade frei geworden ist, anstatt die Person zu verlieren, die gerade schon mehr als notwendig tut, um diese Stelle auszufüllen. Das ist nicht cool von dem Arbeitgeber natürlich auch. Aber das ist halt genau dann, da ist er auf diese, der Teilnehmer bei uns im Coaching, dann auf diese Lüge gestoßen. Und hat dann für sich auch entschieden, dass er jetzt zwar diesen Job gerade noch weitermacht, aber sich dann jetzt auch gerade noch nach anderen Stellen umschaut. Weil er ist sich mehr wert, als einfach nur mit Almosen abgespeist zu werden. Und das ist gut. So, es geht ums Loslassen. Loslassen ist Vertrauen. Und um dieses Vertrauen zu erreichen oder auch um dieses Vertrauen reinzukommen, dass das Leben gut mit dir meint, dürfen wir von den Emotionen, zum Beispiel von Emotionen von Angst, loslassen. Die Emotionen, die uns daran hindern, unsere Augen von den Bananen zu nehmen. Wir wollen die Bananen erreichen, aber wir haben dann dieses Mittel zum Zweck, Arm durch die Gitterstäbe. Nicht gut. Wir gehen lieber durch die Tür. So, und wie wir das erreichen? Oder beziehungsweise so, lass uns erstmal die, 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 lass uns erstmal Emotionen gerade anschauen. Emotionen, warum wollen wir von Emotionen loslassen? Oder wie kennst du das von Emotionen loslassen? Du kennst zum Beispiel irgendwie das Gefühl von Reue. Ja, wenn du irgendwie dann eine Frau nicht angesprochen hast und dann gehst du nach Hause und dann bereust du das. Dann machst du dich selber fertig und dann ist da so, ich zeige schon so auf meiner Lunge. Reue ist Trauer. Das sitzt in der Lunge. Das ist dann so wie so ein Kloß, der da so sitzt. Wie so ein Druck auf der Lunge. Oder Wut. Wut sitzt im Bauch und so weiter. Also wenn du zum Beispiel irgendwie einfach schnell wütend wirst, schnell gereizt wirst und so weiter. Bei gewissen Dingen. Wir wollen dann auch schnell von der Wut loswerden, weil wir schämen uns dann auch für die Wut. Wir hatten dann irgendwie gerade einen Wutausbruch und denken, das hätte ich nicht machen sollen, ich Idiot. Also hätte ich nicht machen sollen, ist eigentlich schuld. Und dann so, ich bin immer, ich habe es ja immer noch nicht geschafft, dass ich diese Wut loslassen kann. Oder warum bin ich denn so jemand, der immer so schnell an die Decke geht? Das ist Scham. Also wir schämen uns dann für eine andere Emotion, die wir hatten. Und das heißt, es bringt uns noch weiter runter in unserem Bewusstseinszustand. Und wenn wir halt so damit halt weitermachen und selber Vorwürfe machen, dann können wir halt die ursprüngliche Sache gar nicht loslassen. Und Emotionen, oder da kommen wir jetzt einfach Schritt für Schritt drauf ein, Emotionen. Also der einzige Weg tatsächlich, um Emotionen zu handzuhaben und sie zu, wir drücken das aus, die Emotionen zu bewältigen und quasi sie nicht her über uns werden zu lassen. Weil du hast die Emotionen, weil du hast die Emotionen, genauso wie du nicht deine Gedanken bist. Du kannst die Gedanken und die Emotionen beobachten und alles, was du beobachten kannst, kannst du nicht sein. Und das heißt, die Emotionen, um den Herr zu werden, das Einzige, was halt wirklich funktioniert am Ende des Tages und was auch automatisch passieren wird, ist die Emotionen, wenn wir die Emotionen loslassen. Und dann haben wir auch dann so zum Beispiel keine, keine bewussten Erinnerungen mehr an die Sache, die uns halt vorher gereizt hat. So, das ist halt einfach zum Beispiel nicht mehr Teil unserer, unserer Persönlichkeit. Aber, um sie loszulassen, ist halt, ist halt die Sache gefragt, dass wir uns auch die Emotionen anschauen und dass wir uns sie akzeptieren und dann entsprechend auch loslassen. Was wir stattdessen oft machen, sind drei Dinge. Statt die Emotionen loszulassen, machen wir drei andere Dinge. Wir machen oftmals als erstes, oder halt, was als erstes, keine Rangfolge. Manche Menschen machen halt eine, gewisse Menschen machen halt eine dieser Sache zuerst und dann die anderen Sachen oder die anderen Sachen gar nicht. Aber eine Ausprägung, wie wir Emotionen handhaben und bewältigen wollen, ist zum Beispiel die Emotionen zu unterdrücken. Das Unterdrücken ist zum Beispiel, wenn wir, also wir machen das zum Beispiel bewusst oder unbewusst. Also zum Beispiel kommt gerade irgendwie eine Wut hoch und dann, dann stehen wir da und sagen so, ach, ich darf jetzt nicht ausrasten. Bis zehn zählen in Gedanken und dann ist die Wut verflogen und so weiter. Das ist unterdrücken. Oder wir machen es halt irgendwie unbewusst, indem wir halt irgendwelche gewissen Traumata mit uns rumschleppen und so weiter. Und wir haben dann irgendwie gelernt, dass wenn wir wütend werden zum Beispiel, ich nehme jetzt die Emotion Wut einfach als Beispiel, du kannst sie mit jeder anderen Emotion austauschen gerade. Also zum Beispiel Trauer, zum Beispiel Depression, Schuld, Scham, was haben wir noch für Emotionen, die wir nicht so gerne haben möchten. Ja, all diese Emotionen. Und Angst zum Beispiel. Und genau, also wir unterdrücken dann zum Beispiel durch das Zählen ganz bewusst. Unbewusst zum Beispiel haben wir irgendwie Traumata und wir werden halt immer wieder getriggert. Und wir haben aber gelernt, irgendwie in unserer Kindheit zum Beispiel, dass wir nicht wütend werden dürfen, weil dann kriegen wir noch mehr Ärger. Das heißt, wir haben irgendeine Strategie entwickelt, eine unbewusste Strategie entwickelt, damit wir nicht wütend werden, damit wir halt nicht irgendwie anecken, vor allem. Und das geht jetzt alles raus an die Männer, die sich als Nice Guys identifizieren. Das geht raus an die Männer, die halt immer wieder in der Friendzone landen. Weil diese Männer haben per se nicht gelernt anzuecken. Und wenn sie das tun, dann machen sie es passiv-aggressiv. So, dann, 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 also passiv-aggressiv ist dann, ist dann so eine, so eine Aussage wie. Dann, dann, dann triff dich doch mit dem, mit dem Thomas. So. Oder, ähm, ach, ich hab gedacht, du, ich hab gedacht, du, du magst mich gar nicht. Aber ich hab gedacht, du siehst mich ja nur als Freund oder was auch immer. Also halt so, da ist dieses, dieses Schnippische auch dann in der Stimme. Passiv-aggressives Verhalten ist, ist Feigheit. Ähm, und, ähm, also Angst. Und, ähm, dann kocht halt so die, die Wut hoch. Und da ist dann einfach so, wir können sie dann irgendwann nicht mehr unterdrücken. Auch unbewusst nicht mehr unterdrücken. Und dann, dann läuft die so über. So, dann, dann läuft die so über den Rand. Und dann müssen wir es gerade so rauslassen, um sie, um sie dann wieder unterdrücken zu können. Und die, ähm, also zum Beispiel unterdrückte Emotionen, also, äh, zeigen sich auch dann, also jetzt wie auch gerade gesagt, in leichter Reizbarkeit, in Stimmungsschwankungen. Aber auch, auch körperlich, ne, so mit, äh, Rücken- und Nackenverspannung zum Beispiel. Ähm, also wenn wir unseren, also Nackenverspannung hauptsächlich ist, 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 weil wir irgendwie Stress haben. Stress ist ein Überlebenssignal. Ähm, also wir wollen gerade überleben, so, wir spannen unsere Schultern an. Wenn du gerade YouTube, äh, das auf YouTube siehst, siehst du so, dass ich gerade so meinen Nacken, meinen Nacken anspanne. So, das, das ist, das ist Stress. Das ist, wir müssen uns schützen. Und, ähm, deswegen ist ja auch so, dass, das Gegenteil davon, wenn wir irgendwie, ähm, was ist das Gegenteil, wenn, oder, was machen wir, wenn wir Stress haben? Uns ist etwas extrem wichtig, unser Überleben zum Beispiel. Oder, oder halt diese Sache ist uns gerade extrem wichtig. Das heißt, wir spannen uns an, sind bereit, uns zu verteidigen und zu kämpfen. Und das Gegenteil davon, wenn uns Sachen egal sind, was machen wir dann ganz automatisch? Wir zucken mit den Schultern. So, das ist, da sind die Schultern entspannt. So, das ist das Gegenteil von angespannten Schultern. Und die, ähm, diese, 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 ähm, also angespannte Nackenmuskulatur ist halt entsprechend ein, ein, ein Zeichen davon. Wenn du immer wieder darunter leidest, in irgendeiner Form angespannte Nackenmuskulatur zu haben, dann unterdrückst du eine Emotion. Entweder bewusst oder unbewusst. Du gehst vielleicht nicht gerne zu deiner Arbeit. Oder du triffst gerne diesen Menschen nicht, weil du schon irgendwie das Gefühl hast, da musst du dich, da musst du dich verteidigen. Also wenn du zum Beispiel irgendwie, Montag bis Freitag hast du immer so mit Nackenschmerzen zu kämpfen. Aber sobald halt so Freitagnachmittag bis Sonntag, Sonntagabend oder was auch immer, ähm, so wenn du halt ein Wochenende hast, dann hast du die Probleme nicht. Oder halt nur weniger als unter der Woche. Und dann denkst du, ach, es liegt bestimmt an dem Stuhl, weil ich die ganze Zeit sitze und immer so nach vorne gebeugt bin. Auch, aber, ähm, der, der größere, der größere Aspekt ist tatsächlich psychosomatisch. Ähm, meine Freundin zum Beispiel, ähm, die ist gerade noch in einem Job, den sie jetzt in den nächsten, nächsten Wochen kündigen kann. Ähm, wo dann entsprechend so vertraglich das abgelaufen ist. Aber sie geht da halt immer auch nicht gerne hin und an, anhand, äh, anhand, ja, habe ich gerade das Beispiel mit dem, mit dem Rücken gemacht. Und, ähm, sie hat dann entsprechend immer, wenn sie dann nicht die Homeoffice, sondern die Office-Office-Tage hat, ähm, hat sie auch Rückenverspannungen. So, und an den Tagen, wo sie es nicht hat, ist alles völlig okay. Das ist psychosomatisch. Und das sehen wir bei so vielen Menschen. Das ist dann auch zum Beispiel im unteren Rücken, ähm, unterrückende Fall, aber mittlere Rücken zum Beispiel, ähm, wenn wir Sorgen um Geld haben und dann entsprechend auch Probleme mit unserem Selbstbewusstsein haben, äh, zeigt sich da. Ähm, aber das wird ja zu weit gehen, so, wo sich, äh, psychosomatisch oder wo sich halt im Körper psychische, äh, oder nicht, nicht losgelassen Emotionen zeigen. Aber halt auch weitere, ähm, weitere Punkte sind zum Beispiel, ähm, Kopfschmerzen. So, wenn du unter, unter Druckkopfschmerzen leidest die ganze Zeit oder, oder häufig, dann, dann kann das daran liegen, dass du Emotionen noch nicht losgelassen hast. Oder wenn du, ähm, unter Schlaflosigkeit oder vielen, vielen anderen normalen Beschwerden, die wir so in der, in der Gesellschaft gerade so haben, so, Schlaflosigkeit, wie gerade auch schon gesagt, so, sind so normale Beschwerden, die hat man halt so. So, das sind unterdrückte Emotionen, so, das kann doch nicht sein, dass plötzlich eine, eine ganze Gesellschaft darunter leidet. Das kann ja nicht sein, so, ähm, das, ähm, das hat andere, andere tiefer sitzende, ähm, tiefer sitzende Gründe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir die Emotionen loslassen können und, ähm, und uns auch nicht halt irgendwie so fertig machen dafür irgendwie. Ich darf das gar nicht fühlen, so, ich muss das unterdrücken, ich darf die, ich darf gar nicht wütend sein, ich darf jetzt nicht traurig sein, ich darf nicht. Ich sollte das nicht fühlen, ich sollte nicht Eifersucht fühlen, ich sollte nicht Neid fühlen, ich sollte mich doch für den anderen freuen, aber ich kann nicht. Ich sollte das doch, ähm, jetzt mag mich hier jemand, aber ich, äh, jetzt mag mich hier eine Frau und, ähm, ich sollte mich doch freuen darüber, aber ich kann nicht. So, und das alles ist Widerstand erstmal. Und Widerstand ist genau der Gegenspieler vom Loslassen. Widerstand sorgt tatsächlich auf der anderen Seite sogar noch dafür, dass das Gefühl stärker wird. Es gibt im Englischen den Spruch, what we resist persists, also im Deutschen, ähm, dem, was wir widerstehen, das bleibt bestehen. Ja, also wo wir halt einen Widerstand gegen ausüben, das wird größer, das wird stärker, das sehen wir auch in der Natur. Also, ähm, äh, ein Beispiel, was mir spontan einfällt, ist, ähm, wenn, wenn so Weinreben, Wein, also so Weinstöcke angebaut werden, so, wo dann die Weintrauben dran wachsen, denen wird zum Beispiel dann auch im Sommer weniger Wasser gegeben. Und dann könnte man ja meinen, so, ah, ist ja nicht gut, die vertrocknen doch, aber nee, ähm, die werden stärker dadurch. Also, der Widerstand ist größer und weil sie, weil sie, weil sie, weil der Widerstand größer ist, produzieren sie größere Trauben, wachsen stärker, diese Stöcke, Weinstöcke. Und, ähm, da nutzen wir halt den Widerstand für uns aus. Wir nutzen auch den Widerstand in einer Glühbirne aus, also der, der Draht, damals, als es noch Glühbirnen gab und jetzt werden alle Elektriker und euch sagen, es gibt kein Glühürobst. Ähm, halt die Klappe. So, ähm, hast ja recht. Ähm, die, ähm, der, der, der Draht leuchtet, weil das ein, ein Material ist, was genug Widerstand aushält, um, oder aufgrund des Widerstands dann den Draht zum Leuchten bringt. Ähm, so, und wieder, also wir nutzen halt Widerstand auch dann zum Beispiel in der Natur, in der Physik für uns aus. Jetzt ist das auf emotionaler Ebene halt nicht so geil, weil dadurch halt genau dann wir den inneren Glühdraht zum, zum Glühen bringen. Und dann fließt es nicht mehr in uns so. So, und dann kapseln wir uns immer mehr ab von unserem Herz, von unserer wahren Persönlichkeit, ähm, weil wir halt versuchen halt die Emotionen zu unterdrücken, weil wir halt so viel Schuld haben und sagen, oder Schuld und uns Schuld geben. Ich sollte das nicht fühlen. Also immer wenn wir sagen, ich sollte oder ich hätte nicht das machen sollen, das ist immer ein Anzeichen dafür, dass wir gerade erst mit Schuld zu tun haben. Mit der Emotion von Schuld. Mit der Emotion von, ich habe einen Fehler gemacht. Alles, was ich mache, ist falsch. Ja, das ist nicht gut. Weil, das, wir können nur eine Sache falsch machen, von der wir ganz bewusst wissen, wie es richtig geht. Und wenn du nicht weißt, wie es richtig geht, kannst du halt nichts falsch machen. Wir handeln alle nach bestem Wissen und Gewissen. Niemand steht morgens auf und sagt sich, heute werde ich mal so richtig mir mein Leben ruinieren. Oder heute werde ich es mal so richtig mit der Katja ruinieren. Das macht halt niemand. Das machst du halt auch nicht. Du handelst immer nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die Emotion von Schuld, auf der du zurückfällst, sorgt wieder dafür, dass du dich auslaugen kannst und dass du das Gefühl hast von Selbstgeißelung. Und wenn du dich selbst geißelst, wirst du halt von der großen Göttlichkeit, was auch immer, nicht mehr bestraft. Weil du dich halt schon vorher mit der Peitsche selber schön auf dem Rücken eingibst. So, und das ist Käse, das ist Quatsch. Das brauchst du nicht. Und das darfst du loslassen. Darauf kommen wir auch gerade ein. Also der Affe denkt halt auch so, Unterdrücken und Widerstand. Wenn ich jetzt meine Augen, ich muss mich einfach weiter anstrecken. Und wenn ich meine Augen von den Bananen nehme, dann bekomme ich sie ja nie. Wenn ich mich nicht weiter emotional auslauge mit dem Thema Frauen, dann bekomme ich sie ja nie. Wenn ich das loslasse, wenn ich meine Augen vom Ziel nehme und mein Verlangen, auch eine Emotion, die nicht so gut ist, Verlangen, auch Stolz zum Beispiel, keine so gute Emotion. Wenn ich mein Verlangen ablehne, ablege, dann heißt das ja, dass ich mein Ziel nicht mehr verfolge und dann bekomme ich das ja nicht. Und genau das eben nicht. Es scheint logisch zu sein, dass wenn wir halt irgendwie obsessiv uns auf das Ziel konzentrieren, dass wir das dann auch erreichen. Aber psychologisch ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist kontraintuitiv. Psychologisch ist es, dass wir wissen, dass das Ziel schon lange uns gehört. Weil wir es als Ziel ausgewählt haben, weil es eine emotionale, im besten Fall eine emotionale, wie sagt man, eine Emotion in uns auslöst. Wir haben eine emotionale Verbindung, damit unser Ziel zu erreichen und damit gehört es uns schon längst. Aber der Weg, wie wir es gerade erreichen wollen, Arm durch die Gitterstäbe, ist nicht der richtige Weg. Aber ich fleisch das hier gerade auch viel zu lange aus. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie halt auch du entsprechend loslässt, wie du gewisse Emotionen loslässt, dann flirtanalyse.de, findest du auch in der Beschreibung. Also klick da drauf und dann sprechen wir mal miteinander. Und schau uns genau an, woran es bei dir liegt, dass du immer wieder gegen die gleichen Wände rennst, dass du das Gefühl hast, gegen Windmühlen zu kämpfen, dass du nicht vorankommst, obwohl du es schon seit Jahren versuchst. Und dann schauen wir uns das mal genau an und wir können mit chirurgischer Präzision genau sagen, woran es bei dir individuell liegt und schauen uns an, was für ein Flirttyp, was für ein Charismatyp du bist, wo eigentlich deine Reise hingeht, welche Schritte du persönlich unternehmen solltest. Und dann werden wir auch schauen, ob es Sinn macht, dass wir beide miteinander arbeiten. Also mit wir beide meine ich dann Andi und ich und das restliche Coaching-Team mit dir. Ob es dann auch Sinn macht und wenn es dann auch keinen Sinn macht oder auch wenn du alleine weitermachen möchtest, dann ist es auch völlig okay. Da sind wir völlig entspannt. Wir wünschen dir das Beste. Deswegen machen wir das schon so lange. Wir wollen Menschen wie dir helfen. Wir wollen dir helfen. Und wenn dein Weg dann, das ist das alleine zu machen, dann ist das okay. Wir freuen uns natürlich, wenn wir das gemeinsam machen. Ja, also flirtanalyse.de, klick da mal drauf. Und wir schauen uns gerade mal an, was eine zweite Variante ist, wie wir versuchen, Emotionen zu bewältigen. Und die zweite Variante ist das, was halt so irgendwie, ja, wenn du Menschen fragst, wie geht man mit Emotionen um, dann sagen sie häufig das. Sie drücken das aus. Ja, wenn ich wütend bin, dann muss ich mal kurz das Rausschreien und dann ist gut. Ja, das ist auch einigermaßen oder ansatzweise richtig. Was aber passiert ist, wenn wir unsere Emotionen ausdrücken. Und das ist was anderes als Emotionen fühlen und rauslassen. Wenn du traurig bist zum Beispiel, wenn du jemanden verloren hast und dann bist du traurig, dann ist es völlig okay, das zu prozessieren, indem du weinst. Das ist vollkommen okay. Das ist Teil des Ganzen. Das ist der Emotion Raum zu geben. Was wir halt dann zum Beispiel nicht machen, ist, wenn wir halt so zum Beispiel in diesen vier Phasen der Trauer sind, wo wir dann noch so im Verweigern sind oder halt nicht im Verweigern oder im Verhandeln sind, dann akzeptieren wir das noch nicht. Und das ist halt dann noch so Widerstand und dann wird die Trauer größer. Aber das ist ein normaler Prozess. Also das heißt so, wenn wir Trauer spüren und der Trauer Raum geben, dann lassen wir sie halt auch los, indem wir weinen. Wenn wir zum Beispiel die Wut ausdrücken, dann schreiben wir vielleicht kurz rum, bis zu einem Punkt, wo die Wut dann so klein geworden ist, dass wir sie wieder unterdrücken können. Also wir drücken sie erst aus, bis zu einer gewissen Menge, bis der innere Druck, der Wut nicht mehr so stark ist, dass wir, also wo wir stärker sind als der innere Druck, damit wir die Wut wieder unterdrücken können. Und dann kommt eine nächste Situation, die ähnlich ist wie diese Situation, die uns wütend gemacht hat. Und wir rasten wieder aus. Das Gleiche beginnt von vorne. Wir bekommen im Leben immer wieder die gleichen Probleme und Tests gestellt, bis wir daraus lernen. Und wenn du immer wieder bei der gleichen Sache wütend wirst oder bei ähnlichen Sachen oder generell bei Dingen wütend wirst oder dich angegriffen fühlst oder immer wieder auf niedriges Selbstwert zurückfällst, auf Scham, auf Schuld im Sinne von so, ah, ich bin sowieso nicht gut genug, dann ist da eine Lektion, die du lernen darfst. Und diese Lektion lernst du nicht, indem du es ausdrückst oder unterdrückst oder die dritte Variante, die es gleich noch gibt, sondern indem du die Situation angehst. Und wie wir das Ganze machen, wie das Ganze loslassen funktioniert, gleich nach der dritten Variante. Also das Ausdrücken ist eigentlich nur so, bis wir selber stark genug sind, es wieder unterzudrücken. Und unterzudrücken, sagt man so? Und ja, unterzudrücken. Und außerdem ist es halt auch so, dass wenn wir halt eine Emotion ausdrücken, also jetzt nehmen wir zum Beispiel weiterhin Wut, dann sind ja auch Menschen oftmals um uns herum und die bekommen unsere Wut ab. Das heißt, nicht nur uns geht schlecht, also wir sind dann in einem Bewusstseinszustand, den wir nicht so gerne mögen und bringen andere Menschen auch da rein. Und je nachdem, wie mental stark die anderen Menschen sind, nehmen sie das auch auf. Und dann ruinieren wir diesen Menschen auch den Tag für diesen Moment. Und das wollen wir ja auch nicht. Also wenn du ehrlich bist, bist du so, du möchtest das ja gar nicht. Also das Ausdrücken ist auch nicht der richtige Weg. Und dann gibt es halt noch die dritte Variante. Und die dritte Variante ist Flucht. Flucht vor der Emotion. Und da sind sehr viele Männer dran schuldig. Also sie machen das. So, ich will jetzt euch keine Schuld geben, die sich da jetzt gleich wiedererkennen. Was ist Flucht vor Emotionen? Flucht ist, sich in Arbeit zu vergraben. Zum Beispiel. Ich kann jetzt hier mit der Trennung nicht umgehen. Habe ich keine Zeit für. Ich habe so viel Arbeit. Ich muss Sachen tun. Ich bin so wichtig. Flucht ist aber auch zum Beispiel, wenn du zu Hause sitzt, auf dem Sofa, den Fernseher anhast und die ganze Zeit auf dein Handy schaust, weil du brauchst halt diese Hintergrundgeräusche. So das Gefühl halt, dass jemand da ist. Dann ist vielleicht Flucht davor, dass du mit Ruhe nicht klarkommst und damit vielleicht auch mit deinen Gedanken nicht alleine sein kannst, weil du so viel Angst unterbewusst vor diesen Gedanken hast. Ja, oder Flucht ist auch emotionales Essen. So dir ist gerade langweilig. Okay, mal gucken, was im Kühlschrank ist. Oder ich will gerade eine Aufgabe nicht machen. Okay, gucken, was im Kühlschrank ist. Und dann findest du nichts und dann setzt du dich wieder dran an die Arbeit und dann gehst du halt drei Minuten später wieder zum Kühlschrank mit niedrigen Standards und dann irgendwann isst du halt das Brot mit Senf. Das ist Flucht. Das ist Flucht vor dem, was eigentlich gerade ausgelebt werden möchte. Und gerade die Emotion von Langeweile, die eine positive Emotion ist. Langeweile ist eine positive Emotion, weil das die Schwelle zur Kreativität ist. Jemand, der mal lange genug Langeweile ausgehalten hat, der wird plötzlich merken, ich habe noch diese Idee oder ich kann noch das machen und ich kann das machen, da ist mehr Herz, da ist mehr Mut drin, da ist mehr Willenskraft dafür, etwas Neues zu wagen, sein Leben zu verändern, Menschen zu inspirieren, selber inspiriert zu werden. So, Langeweile ist gut, aber die wenigsten halten es aus und wollen es dann halt über Tünchen, über Drücken, unterdrücken und so weiter und halt auch so, ja, gar nicht erst zulassen. Und ein kleines Side-Note dazu, deswegen ist halt auch so gerade so extrem beliebt oder ich glaube, dieser Trend ist auch wieder schon fast wieder tot, so Dopamin-Detox brauchst du nicht. Also, das Dopamin-Detox ist auch wieder Widerstand, Widerstand gegen das, was ist. Du musst dich nicht dazu zwingen, Disziplin aufzubringen und also Disziplin aufbringen, um dich da irgendwo in einen grauen Raum zu setzen für sieben Tage, damit du halt wieder mehr Freude am Leben hast. Das ist einfach nur eine Entscheidung und das ist der Mut, das ist den Mut zu haben, diese Emotionen loszulassen. Also, die Blockade, den Widerstand zur Langeweile loszulassen. Das ist eigentlich das Ding, was wir da loslassen dürfen. So, aber wir, wie lassen wir das los? Also, loslassen ist der einzig natürliche Weg, mit Emotionen umzugehen, Emotionen Hand zu haben und dazu nochmal ganz wichtig, also, es gibt keine positiven und negativen Emotionen. Wir sagen das immer so ganz gerne im Volksmund, ah, das ist eine Emotion, das ist doch eine negative Emotion und das ist eine positive Emotion. Aber es gibt keine positiven und negativen Emotionen. Das wäre so, als würdest du sagen, es gibt gute und schlechte Farben. So, blau ist eine gute Farbe, aber rot ist eine schlechte Farbe oder was? Würdest du ja auch nicht sagen. Genauso würdest du nicht auf einem Klavier sagen, die Note C ist eine gute Note, aber F ist nicht so gut. Sagst du halt auch nicht. So, du brauchst halt das ganze Spektrum, die ganze Klaviatur, um das Musikstück deines Lebens zu schreiben. Und, so, also, in der Psychologie spricht man davon, von Valenzen. Und eine Valenz kannst du dir so denken, dass wir empfinden, diese gewisse Emotion, zum Beispiel, nehmen wir die Emotion Wut, weil ich da jetzt schon mehrfach drüber gesprochen habe. Die Emotion Wut, die nehmen wir, als dann nicht so gut war, wenn wir generell über Wut sind. Wenn es uns generell besser geht als Wut. Wenn wir mehr so in Mut, in Langeweile, in Liebe sind, in Frieden sind, dann ist Wut nicht so eine gute Emotion, die wir dann wahrnehmen. Oder in Akzeptanz sind. Wenn wir allerdings in Depressionen sind, dann ist Wut eine sehr gute Emotion. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass wenn, 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 wenn in der Psychologie sprechen wir dann zum Beispiel in der Therapie mit, mit Menschen, die ein wenig depressiver sind. Und, also, Depression ist so angeordnet auf der Emotionsebene von Apathie. Also, nichts, nichts macht Sinn, alles ist Quatsch, ob ich jetzt hier bin oder nicht, ist egal. Und, es ist dann immer noch besser, wenn die Person plötzlich anfängt zu weinen, weil, dann hat sie wieder eine, eine Erfahrung von, von selbst, von einem selbst, also von sich selbst. Und es ist noch besser, wenn die Person wütend wird. So, da ist mehr Spannung, mehr Energie drin. Und wir hatten das jetzt auch letztens im, im Mindset Call, einer der, der Teilnehmer, der jetzt mit seinem Coaching fast durch ist, sagt auch so, ja, als ich, als ich, bevor ich zu euch gekommen bin, war ich, war ich irgendwie so sehr, ja, depressiv, apathisch und so weiter. Und, er sagte dann, so, ich habe mich, ich habe jetzt festgestellt, dass ich mich die ganze Zeit über Dinge aufrege. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich mich die ganze Zeit über deutsche Bahn aufrege, weil die halt hier am Bahnhof seit, seit anderthalb Jahren nicht vorankommen, das immer noch abgesperrt ist da und so weiter. Und über die, und dann ist die eine Bahn unpünktlich gekommen, dann habe ich mich bei dem, bei dem Schaffner beschwert und so weiter und habe, habe da rumgeschrien und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das ist gut, das ist richtig gut, weil, das hast du halt vorher nicht gemacht, du warst halt vorher in einem ganz anderen, in einem ganz anderen Wesenszustand, Daseinszustand und mit dem, für dich ist die Wut gerade gut, weil das mehr Leben für dich bedeutet. Da möchtest du aber nicht langfristig drin sein, du möchtest darüber hinausgehen. Aber das ist erstmal gut, ja, und das ist, das bedeutet entsprechend eine Valenz, also, wenn wir, gewisse Emotionen fühlen sich dann besser an, aber die sind nicht positiv oder negativ. das habe ich da fast schon ein Buch drüber geschrieben. Genau, glücklicherweise habe ich Notizen. Genau, keine Emotionen sind gut oder schlecht und, ja, genau, wir lassen uns los, wir lassen uns los. da bin ich in meinen Notizen. Ich habe es eigentlich am Anfang schon beschrieben, wie lassen wir tatsächlich Emotionen los? Das ist der Schritt-für-Schritt-Plan. Nummer eins, Schritt Nummer eins ist bewusst werden. Wir können nichts ändern, wenn wir dem Ganzen nicht bewusst werden. Und das ist ein, jetzt wirst du denken, ja, ist klar, okay, was ist Schritt zwei? Aber nein, das ist ein so wichtiger Schritt. Es gibt ja im Deutschen so den Spruch, Selbsterkenntnis ist der Weg zur Besserung und da ist halt viel Wahrheit drin. Wenn du, was du nicht bewusst bist, das kannst du nicht ändern. Es gibt im, 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 was ist das? Im, irgendwo in Afrika, im, im, im Regenwald, gibt es einen Stamm, der, also ein Ureinwohnerstamm, die haben 17 Wörter für grün, aber keins für blau. Und die, die können halt so mit einer minimalen Helligkeitsänderung Grüntöne unterscheiden. Aber dann zeigst du denen grün und blau nebeneinander und für die ist das, also für die ist blau nicht erkennbar. Das ist schwer zu beschreiben. Auf der anderen Seite, um das vielleicht besser zu verstehen, im Russischen gibt es zwei, zwei Worte für, für, für blau. Also es gibt zwei verschiedene blau im Prinzip. Ich werde das jetzt nicht aussprechen, wie die beiden heißen, aber ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr, wenn ihr das wisst. Und ich zum Beispiel wohne, wohne aktuell in Ungarn und in Ungarn gibt es zwei Worte für Rot. Es gibt einmal Pirosh und es gibt Vörösch. Und Pirosh ist so das, das hellere Rot, während Vörösch das dunklere Rot ist. Und das ist für, für Ungarn, einfach weil sie damit aufgewachsen sind, sind das zwei verschiedene Farben. Für uns, so, wenn du in Deutschland fragen würdest, so beide Farben zeigen würdest, dann würde ein Deutscher vielleicht sagen, okay, das ist hellrot, das ist dunkelrot. Aber für, für jemanden, der damit aufgewachsen ist, sind das zwei verschiedene Farben. So, so wie halt entsprechend Rot und Grün zwei verschiedene Farben sind. und die, 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 genau, wir lassen uns los, da, da ging es ja gerade, ging es ja gerade drum. Also wir müssen bewusst werden über das Ganze. Wenn wir dem ganzen, wenn wir den, den Emotionen gerade nicht bewusst sind oder dass wir gewisse Trigger haben oder immer wieder, wenn eine gewisse Sache passiert, zum Beispiel, ich sehe die Frau und dann will ich abhauen und wir sind dem gar nicht bewusst, was da eigentlich gerade passiert, dann können wir das nicht ändern. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal Geist öffnen und einfach mal so, als wenn wir eine andere Person drauf zu schauen, deswegen ist Coaching ja auch so hilfreich, als wenn wir eine andere Person drauf zu schauen und zu schauen, was mache ich hier eigentlich gerade? Was passiert eigentlich gerade? Und dann schauen wir uns auch an, was denke ich gerade? Weil wir versuchen oftmals so die Gedanken loszuwerden, diese schädlichen Gedanken loszuwerden, aber eine Emotion, eine Emotion alleine ist Quelle für Millionen von Gedanken und wir können dann gewisse Gedanken rational irgendwie Gedankenkarate betreiben, damit die Gedanken keine Kontrolle mehr über uns haben, die Emotion ist aber noch da und schickt uns andere Gedanken hoch und andere Begleitemotionen hoch und andere Ausreden hoch und so weiter. Das heißt, wenn wir die Emotionen loslassen, sind auch dann automatisch die Gedanken weg, diese schädlichen Gedanken, der innere Kritiker ist plötzlich still. Das heißt bewusst werden, erster, erster, erster Schritt. Zweiter Schritt, akzeptieren. Und das ist auch etwas, womit auch sehr, sehr viele Menschen ein Problem haben. Die Akzeptanz von, 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 so, der Situation gerade. So, du hast, du traust dich gerade nicht, die Frau anzusprechen. Kannst du das akzeptieren? Und dann wirst du, dann wirst du vielleicht sagen, okay, ja, kann ich akzeptieren. Und dann geht's aber auch noch weiter. Kannst du akzeptieren, dass es immer so bleiben wird? Weil wenn nicht, dann ist das wieder Widerstand. Und da ist der große, da meldet sich halt das Ego wieder drin. Und so, okay, ich arbeite schon seit, seit 30 Jahren da dran, irgendwie besser mit Frauen zu werden. Ich kann nicht akzeptieren, dass es noch für den Rest meines Lebens so aussieht. Ich kann das einfach nicht akzeptieren. Das ist dann der Widerstand. Das ist, dann bist du wieder der Affe im Käfig, der versucht, eine Banane zu erreichen, zumindest. Anstatt die Augen von den Bananen zu nehmen und sich umzudrehen. Weil würdest du akzeptieren, dass du niemals die Bananen bekommst und würdest du gleichzeitig damit sagen, so im nächsten Schritt, fuck it, scheiß auf die Bananen, ich geh raus. Und dann würdest du sehen, dass die Käfigtür offen ist. Und dann würdest du sehen, dass der Weg zu den Bananen viel einfacher ist. Das heißt, wenn du nicht akzeptieren kannst, dass es für den Rest deines Lebens so ist, kannst du vielleicht akzeptieren, dass es jetzt so ist. Und wenn du das kannst oder wenn du das immer noch nicht kannst, dann kannst du dich vielleicht fragen, kann ich mir vorstellen, dass ich das akzeptieren kann, dass es jetzt so ist. Und dann gehst du Schritt für Schritt weiter. Wenn du dir vorstellen kannst, dass du es akzeptieren kannst, dann kannst du dich als nächstes fragen, kann ich akzeptieren, dass es jetzt so ist. Und dann kann ich akzeptieren, dass es für den Rest meines Lebens so ist. Weil wenn du das nicht kannst, bist du immer wieder, immer weiter gefangen. Und ich reite darauf gerade so viel rum. Das ist ein so wichtiger Schritt, die Akzeptanz. Wenn du das nicht akzeptieren kannst, wirst du immer wieder versuchen, den gleichen Weg zu gehen. Und dieser Weg hat dich bisher nicht zu deinem Erfolg geführt. Der Weg wird dann auch anders aussehen. Der Affe wird dann mal andere Gitterstäbe ausprobieren, aber es ist immer noch das gleiche Gitter. Er ist immer noch im selben Scheißkäfig. Und das nicht akzeptieren zu können, ist das Ego, was krampfhaft versucht, die Kontrolle zu behalten, weil du dir nicht vertrauen möchtest, weil das Ego Vertrauen nicht kennt. Das Ego kennt nur ich gegen dich, der gegen mich. Vertrauen ist aber, alles wird sich fügen. Mein Leben ist gut. Die Welt ist positiv. Und was mein Ziel ist, werde ich auch erreichen. Und wenn es halt so nicht funktioniert, dann werde ich einen anderen Weg funktionieren. Wenn ich jetzt diesen Job nicht bekomme, passt. Ich bekomme anderen. Wenn diese Frau mir jetzt gerade einen Korb gibt und kein Date mit mir wollte, passt. Die nächste Frau wird. Passt. Das ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen bekommst du halt auch entsprechend, nur wenn du bereit bist, loszulassen, wenn du bereit bist, zu akzeptieren, dass es auch für den Rest deines Lebens so sein kann. Das heißt halt nicht, dass es für den Rest deines Lebens so ist. Aber, also, akzeptieren bedeutet, es ist jetzt im Moment so. Jetzt gerade ist es so. Akzeptieren bedeutet zum Beispiel so, du willst gerade irgendwie rausgehen und dich in die Sonne legen, aber dann schaust du aus dem Fenster und es regnet. Und du könntest sagen, aber das ist scheiße. Ich will nicht, dass es regnet. Wo ist denn hier die Sonne? Verdammte Scheiße. So kannst du halt die ganze Zeit sagen. Mach halt die Wolken nicht weg. Sorg halt nur dafür, dass du dich noch schlechter fühlst, anstatt zu akzeptieren, okay, jetzt gerade regnet es. Das heißt nicht, dass es in fünf Minuten noch regnet. In fünf Minuten überprüfe ich das nochmal. Und dann gilt die gleiche Regel. Das ist jetzt so. Das heißt nicht, dass es gleich so ist. Früher oder später wird der Regen aufhören. Kannst du akzeptieren, dass es jetzt so ist. Das heißt nicht, dass es gleich noch so sein wird. Jetzt gerade ist es aber so. Es ist gerade so, wie es ist. Jetzt habe ich sehr viel darauf rumgeritten. Aber das ist so wichtig. Und dann ist der nächste Schritt, wenn wir das akzeptiert haben, zu schauen, was ist die Emotion eigentlich? Welche Emotion steckt eigentlich dahinter, die ich gerade fühle? Also zum Beispiel jetzt mit dem Beispiel mit der Sonne. Du willst rausgehen und dann ist da ein Freiheitsdrang hinter, der unterdrückt wird. So ohne Macht. Und dann reagierst du mit Wut. Und Wut, jetzt habe ich auch schon so viel über Wut gesprochen, aber überhaupt noch nicht über das Thema, über das Essenzielle, die Basis von Wut. Wut hat immer die Basis Angst. Wut, wir reagieren mit Wut, weil wir dadurch mit einer Form von explosiver Kontrolle reagieren. Wir haben dann das Gefühl, wenn wir wütend werden, dass wir wieder die Kontrolle über unser Leben haben. Haben wir aber nicht. Wir werden halt einfach nur, wir schießen einfach nur mehr Energie in Arme und Beine, damit wir kämpfen können, damit wir uns verteidigen können. Aber wovor verteidigen? So, warum werden wir wütend? Weil irgendjemand oder irgendetwas unser unser Territorium streitig macht. So, in unserem Kopf. Zum Beispiel, also Eifersucht ist eine Form von Wut. und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, da ist eine Frau, die wir mögen und jemand anderes redet mit ihr, dann versuchen wir halt irgendwie den anderen Typen irgendwie klein zu reden. ah, das ist ja gar nicht so toll oder sie ist nicht so toll oder wir werden halt auch trotzdem dann irgendwie wütend. Also, halt einfach versucht, ihn klein zu reden, ist halt auch eine Form von Wut, um unser eigenes Gesicht zu wahren. Und das ist immer, kommt immer aus niedrigem Selbstwert. Anstatt sich, anstatt einfach so zu sagen, okay, er ist einfach ein Typ, ich weiß gerade nichts darüber, er ist einfach ein Typ, der mit der Frau redet, die mein Herz ein bisschen schneller schlagen lässt, aber das hat keinerlei Bedeutung. Auch diese Emotion hat keinerlei Bedeutung, die ich gerade habe oder haben könnte. Und, ähm, Wut oder beziehungsweise die Angst erhält, dass jemand, jemand nimmt uns etwas weg und das ist, das ist Mangel. Das heißt, es gibt da draußen halt nur fünf Frauen und wenn alle fünf vergeben sind, dann muss ich alleine sterben, einsam sterben. Da draußen gibt es einen Kuchen, der hat nur eine gewisse Größe und wenn jemand den isst, dann bleibt weniger für mich. Wenn jemand sich ein großes Stück nimmt, bleibt weniger für mich. Und dann ist es aber auch so, dass, ähm, so, wenn wir das feststellen, wenn wir selber im Mangel leben, dann versuchen wir dann auch manchmal, also manche Menschen versuchen dann, wenn sie selber dran sind, sich was vom Kuchen zu nehmen, nehmen sie sich ein richtig großes Stück, so, um es den anderen zu zeigen und dann gibt es aber auch die, die Menschen auf der anderen Seite, auf der, auf dem anderen Extrem des Spektrums. Ähm, also es ist halt, so, denen werde ich es zeigen, so, das ist halt so der, der, der Bösewicht und dann gibt es das Opfer, das zum Beispiel sagt, ähm, so, ich nehme mir nicht so ein großes Stück, ich möchte ja nicht, dass die anderen wütend auf mich werden. So, die sollen ja auch was davon abhaben. Das ist so der Nice Guy. So, der Bösewicht ist so der, der Alpha, der Macho, der, das Arschloch und so weiter. Und dann, das ist ja immer so ein Dreieck, kannst du dir vorstellen, so ein Dreieck, wir haben auf der einen Seite, ähm, den, den Bösewicht, auf der anderen Seite haben wir das Opfer und oben haben wir den Helden. Und der Held ist halt über, steht über den Dingen. Und, ähm, die, ähm, die, 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 wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, das ist, also das ist ein Mangel, das ist ein Mangeldenken. Von, jetzt redet der mit dieser Frau, die ich mag und wenn er halt mit der redet, bleibt weniger Frauen für mich über. Oder was auch immer. Und weniger halt auch von, von dieser Frau. Und dann ist halt unser Auge so darauf, äh, darauf eingeschwungen, unsere ganze Energie ist darauf eingeschwungen und jetzt nimmt er sie uns weg. Und wir sehen gar nicht, dass eigentlich, dass wir in unserer Lebenszeit, wir bräuchten drei Lebenszeiten, um überhaupt mit jeder Frau einmal gesprochen zu haben, die gerade jetzt auf dem Planeten lebt. Also, es gibt im Prinzip für deinen, einfach für dein Mindset, unendlich Frauen da draußen. Du wirst in deiner Lebenszeit nur einen Bruchteil davon kennenlernen können. Ähm, genau, also die, ähm, die Emotionen, so, welche, welche Emotionen ist das gerade? Wo spürst du die Emotionen gerade? So, ähm, Trauer zum Beispiel, so Schock, Schockmomente, Trauermomente, ähm, setzen sich in der Lunge ab. So, deswegen schluchzen wir auch dann, wenn wir, wenn wir Trauer loslassen. Ähm, oder auch, auch Lachen zum Beispiel, ist auch eine Form, dann bewegt sich das Zwerchfell. Und das ist so, wie wir halt so, so Trauer aus unserem Körper verabschieden. Ähm, Wut setzt sich im Magen ab, ne, deswegen so Menschen, die, die viel Wut in sich haben, die cholerisch sind, die haben oft Magengeschwüre, weil die sind dann auch sauer, sagt man auch so, ne, ich werde sauer. Oder auch so, ähm, wie jemand, der halt so viel, viel Schuld mit sich rumträgt. So, ähm, als ob ich eine Last auf meinen Schultern habe. Oder da fällt mir ein Stein vom Herzen, ne, das ist so, ist so, so auf den Schultern. Die, die gehen dann auch so, so geduckt. Ähm, zum Beispiel auch so, sehr viele, sehr viele Männer, die, die sehr groß gewachsen sind, die waren dann auch zum Beispiel in ihrer, in ihrer Kindheit schon die größten in der, in ihrer Klasse. Und die wurden dann deswegen auch mal dann hier und da gehänselt. Und, ähm, das ist nicht selten, dass, dass Männer, die halt zum Beispiel über zwei Meter sind, die bei uns im Coaching sind, die gehen häufig so, die gehen häufig so geduckt. Ähm, weil sie halt in ihrer Kindheit dann irgendwie gelernt haben, so, okay, wenn ich, wenn ich groß bin, das ist nicht gut, dann werde ich gehänselt, dann falle ich auf. Und das, ähm, das ist nicht gut. Und das ist halt, das ist Schuld. Und Schuld und Scham an der Stelle. Ähm, ich sollte nicht so groß sein. Ich soll, ich sollte nicht aus der Masse hervorstehen. Aber auch dann entsprechend, ich, ich falle auf, das ist nicht gut. Ähm, ich ziehe damit nur, nur Ärger auf mich. Und, ähm, genau, also das, ähm, wo sitzt die Emotion? So, schau dir das mal an. Angenommen, du hast gerade Wut und die sitzt im Magen. Und dann frag dich mal, so, oder, oder sag dir mal, es ist okay, dass sie da ist. Breite dich aus. Und davor haben dann viele Angst, dass sich die Emotion ausbreitet, weil dann könnten wir sie ja, so, wir haben dann Angst, sie zu ver, sie nicht kontrollieren zu können, dass wir nicht stark genug sind. Aber, das ist einfach nur eine Emotion. Es ist, eine Emotion ist wie ein Gedanke, der ist einfach nur da. so, das ist intern. Was tatsächlich passieren wird, ist, wenn du sie unterdrückst, dass es sich im Äußeren zeigt, wie vorhin schon gesagt, bei psychosomatischen Dingen. Ähm, schau dir die Emotion an und vielleicht, vielleicht nimmst du sie wahr als, als waberndes etwas. Vielleicht ist sie ein Klotz, ein runder Klotz. Vielleicht kannst du auch die Farbe sehen. Vielleicht kannst du auch sehen, was für ein Material das gedanklich ist. und dann lass dich diese Emotionen einfach ausbreiten und du wirst sehen, das dauert keine, keine zwei, drei Minuten, dann ist die Emotion weg. Ohne, dass du halt irgendwie große, große Ausbrüche hast. Es kann sein, dass du hier und da ein Begleitgefühl von vielleicht Trauer bekommst, aber das Gefühl, was im Nachhinein sich breit machen wird, ist das Gefühl von Freiheit und das Gefühl von Frieden. Und wenn du in Frieden bist, dann bist du in einer viel höheren emotionalen Schwingung, in einem viel höheren Bewusstseinszustand. Und nicht mehr im kleinen Ich, im kleinen Selbst, sondern in deinem großen Selbst. Und, also, loslassen ist super einfach. Wir glauben sehr oft halt, und jetzt komme ich auch langsam zu Ende, dass halt loslassen, ich nehme mal jetzt so eine Packung Taschentücher hier, dass loslassen wegschmeißen bedeutet. Das ist halt sehr weit weggefallen. Das loslassen wegschmeißen bedeutet. Aber loslassen ist, wie bei diesem Stift gerade, loslassen ist einfach nur das hier. Einfach nur die Hand aufmachen. Das ist wie, als ob du einen Vogel in deiner Hand trägst, einen kleinen Spatzen, und du möchtest, dass er fliegt. Dann schmeißt du ihn auch nicht weg. Sondern du machst die Hand auf und lässt ihn selber fliegen. Und mehr ist das nicht. Das ist eine liebevolle Geste zu dir selber. Und dann wirst du merken, durch das Gefühl von Frieden und Freiheit, was du dadurch bekommst, hast du viel mehr Vertrauen in dir selber. Und dann kannst du deine Augen von den Bananen nehmen. Und dann drehst du dich um und entdeckst, dass die Käfigtür schon lange offen stand. Und du einfach nur, jetzt nur noch, nur noch um den Käfig rumgehen musst und dir so viele Bananen nehmen möchtest, kannst, wie du essen möchtest. Flirtanalyse.de Lass uns mal genau bei dir darüber sprechen, woran es liegt. Mein Name ist Dominik von Aave. Danke für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du zugehört hast. Und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Bis zum nächsten Mal. Ach so, und mach Vorsicht.